Die Frage, ob ich der allerbeste refraktive Chirurg in Wien oder in Österreich bin, kann man nicht so direkt beantworten. Zum guten Chirurgen oder zu Top-Chirurgen in diesem Bereich gehören mehrere Faktoren. Zum einen gehört die Ausbildung, zum anderen gehört die Erfahrung aus der Vergangenheit. Zudem gehört auch die Anzahl der durchgeführten Prozeduren auf regelmäßiger Basis. Zudem gehört auch die Qualitätssicherung in dem Zentrum. Das heißt, alle Ergebnisse, die man erzielt mit dem Patienten, müssen permanent kontrolliert werden. Gibt es Ergebnisse, die nicht optimal sind? Die müssen immer nachgebessert werden. Oder man muss die Ursachen finden, wo die Ursachen der nicht optimalen Ergebnisse sind, damit das nicht wieder vorkommt. Das gesamte Team macht auch den Unterschied. Ein gut eingespieltes Team, welches den Patienten so gut wie möglich betreut, das macht natürlich die gesamte Praxis, die gesamte Klinik als etwas Besonderes. Und das sind Faktoren, die zu einem guten oder sehr guten Zentrum gehören. Natürlich kann es mehrere solche Zentren in der Stadt geben oder im Land geben. Alle diese Punkte werden bei uns in der Praxis erfüllt und wir machen alles, damit sie sich so wohl wie möglich in unserem Zentrum fühlen. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was sie bei uns zu erwarten haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Zähne 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 Zähne